Wenn das letzte AKW in Deutschland abgeschaltet wird in fünf Wochen und wir anfangen mit dem Rückbau dieser Atomkraftwerke, dann können wir im Rest der Welt zeigen, dass ein Industrieland wie Deutschland, eine der größten Wirtschaftsländer der Welt, es schafft ohne Öl, ohne Gas, ohne Kohle und ohne Atomenergie, mit erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und mit Energiesparmaßnahmen, es schafft, dieses Land, unsere Industrie und unsere Bevölkerung weiterhin mit Licht und Strom zu versorgen. Wir können ein Beispiel sein und dafür müssen wir Druck machen auf die Politik, hier in Berlin mit dem Volksentscheid und auf Bundesebene, dass wir wirklich die Energiewende, die uns 2011 versprochen wurde und die wir alle als Bürgerinnen und Bürger seit Jahrzehnten fordern und im Individuellen durchsetzen, dass die auch wirklich Realität wird. Das sollte das Ziel sein.